Willkommen bei Wieso mein Büro. Mein Name ist Stefan Knuth und in diesem Video dreht sich alles um die Buchhaltungskomponente Ihrer Bürosoftware. Sie lernen, wie Sie mit mein Büro Ihre Ein- und Ausgaben erfassen. Ebenfalls werfen wir einen Blick auf die Schnittstelle Online Banking, mit der Sie Ihre Buchhaltung noch schneller und einfacher erledigen. Legen wir los! Mit mein Büro haben Sie all Ihre Ein- und Ausgaben im Blick. Hierzu wechseln Sie in den Programmbereich Finanzen, Zahlungen, Bank, Kasse. Hier finden Sie all Ihre Buchungen an einer zentralen Stelle. Egal, ob es sich um Zahlungen handelt, die in bar oder über Ihr Konto getätigt wurden. Natürlich können Sie mit meinem Büro auch Ihre Kreditkarten oder Paypal-Konten verwalten. In diesem Video konzentrieren wir uns aber auf ein klassisches Girokonto. Für alle Bargeschäfte, die nicht das Konto betreffen, empfehle ich Ihnen, das Verrechnungskonto zu nutzen. Wenn Sie verpflichtet sind, ein Kassenbuch zu führen, erfassen Sie die Bargeschäfte unter der Rubrik Kassenbuch. Das Kassenbuch bringt einige besondere Funktionen, wie den Kassenabschluss mit, wodurch Buchungen unveränderbar festgeschrieben werden. Sie sind verpflichtet, eine Registrierkasse zu führen und haben dazu das Zusatzmodul Kasse erworben. Hier finden Sie die Schaltfläche Kasse POS. Beachten Sie auch die gesetzliche Pflicht nach § 146 der Abgabenordnung, Ihre Kasseneinnahmen und Ausgaben täglich festzuhalten. Mit MeinBüro haben Sie die perfekte Übersicht über Ihre Buchung und sind auch für Finanzprüfung Dritter bestens vorbereitet. Wenn Sie Ihr MeinBüro mit dem Online-Banking-Zugang Ihrer Bank verbinden, können Sie viel Zeit sparen und sich die Arbeit leichter machen. Um ein Online-Konto einzurichten, klicken Sie auf Weitere Funktionen, Einstellungen, Bankverbindung. Für dieses Beispiel gehen wir davon aus, dass Sie ein neues Online-Banking-fähiges Konto anlegen möchten. Klicken Sie zuerst auf Neu und wählen Online-Bankkonto aus. Nach einem Klick auf Weiter werden Sie aufgefordert, den Banknamen, die BIC oder die Bankleitzahl einzugeben. Im nächsten Fenster wählen Sie die richtige Zugangsart aus. Oft wird hier das PIN-TAN-Verfahren verwendet, wodurch Sie sich gegenüber Ihrer Bank mit einer persönlichen Identifikationsnummer, der PIN, ausweisen. Nutzen Sie dagegen eine Schlüsseldatei oder haben Sie ein Kartenlesegerät an Ihrem Computer angeschlossen, ist das Chip-Disk-Verfahren das Richtige. Erklärungen hierzu finden Sie ebenfalls direkt im Programm. Wählen Sie einfach das für Sie richtige Verfahren aus. In unserem Beispiel wählen wir das PIN-TAN-Verfahren. Nun werden Sie gebeten, Benutzerkennung und PIN einzugeben. Oft sind das die gleichen Daten, die Sie auch nutzen, um sich zum Beispiel auf der Webseite Ihrer Bank einzuloggen. Falls Sie sich unsicher sind, schauen Sie am besten in den Unterlagen Ihrer Bank nach. Danach werden Sie aufgefordert, das TAN-Verfahren auszuwählen. Haben Sie zum Beispiel eine klassische TAN-Liste auf Papier, wählen Sie i-TAN aus. Erhalten Sie Ihre TAN per SMS auf Ihr Handy, wenn Sie eine Transaktion tätigen, ist Mobile-TAN auszuwählen. Im nachfolgenden Fenster können Sie nun per Klick auf das Kästchen die Konten auswählen, die Sie mit meinem Büro verwalten möchten. Zuletzt haben Sie die Möglichkeit, den Konten abweichenden Namen zu geben, damit Sie diese in meinem Büro leicht unterscheiden können. Ebenfalls treffen Sie hier die Auswahl, ob Lastschriften und Überweisungen per Einzel- oder Sammelzahlung gesendet werden sollen. Sammelzahlung heißt, dass Sie mehrere Überweisungen oder Lastschriften mit nur einer einzigen TAN an Ihr Kreditinstitut übermitteln können. Das bietet sich besonders an, wenn Sie viele Transaktionen abwickeln. Hierfür ist das Zusatzmodul Finanzen Plus erforderlich. Haben Sie den Assistenten erfolgreich abgeschlossen, verlassen Sie das Fenster mit einem Klick auf OK. Anschließend sehen Sie Ihr neu eingerichtetes Konto unter Finanzen, Zahlungen, Bank, Kasse. Übrigens, möchten Sie ein bestehendes Bankkonto, welches Sie mit meinem Büro bisher nur offline verwaltet haben, für das Online-Banking aktivieren, müssen Sie das Konto über Bearbeiten öffnen und das Häkchen bei Online setzen. Die übrigen Schritte sind nach einem Klick auf Weiter identisch mit dem zuvor erklärten Vorgehen. Sie haben bereits ein Online-Konto verknüpft? Dann sind Sie nun bereit, Ihre Online-Banking-Umsätze abzurufen. Wählen Sie hierzu das verknüpfte Konto aus und klicken Sie auf Umsätze abrufen. Nach Eingabe Ihrer PIN, ganz einfach über die Tastatur, werden die Umsätze in mein Büro importiert. Rufen Sie das erste Mal Ihre Umsätze ab, kann der Abruf unter Umständen einen Moment dauern. Ihre Bank legt fest, welcher Zeitraum importiert wird. Oft sind das die letzten drei Monate. Einige Banken stellen Ihnen aber auch Umsatzdaten des gesamten letzten Jahres zur Verfügung. Nach jedem erfolgreichen Umsatzabruf, in dem neue Kontobewegungen abgeholt wurden, öffnet sich der Zuordnungsassistent. So können Sie direkt beginnen, alle bisher nicht erfassten Kontobewegungen zu verbuchen. Da Sie den Zuordnungsassistenten jederzeit über weitere Funktionen öffnen können, schließen wir diesen für den Moment und werfen einen Blick auf alle abgeholten Kontobewegungen. Sie finden Ihre Umsätze in Form eines elektronischen Kontoauszuges in mein Büro wieder. Durch die Filterleiste können Sie sich zum Beispiel Daten eines bestimmten Zeitraums, Empfängers oder anderer Kriterien anzeigen lassen. Sie können nun entweder eine einzelne Buchung über einen Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag öffnen oder den Zuordnungsassistenten, wie eben erwähnt, über weitere Funktionen starten. Sie erhalten eine Zahlung Ihres Kunden und möchten diese mit mein Büro einer offenen Rechnung zuordnen? Kein Problem, dank des intelligenten Zuordnungsassistenten. Zuerst öffnen Sie die entsprechende Einnahme per Doppelklick. In unserem Beispiel hat mein Büro erkannt, dass die Zahlung über 1200 Euro zu einer offenen Ausgangsrechnung mit dem gleichen Betrag passt. Über die Schaltfläche Seitenvorschau können Sie sich die entsprechende Rechnung nochmals anschauen. Ist dieser Vorschlag korrekt, können Sie die Buchung einfach mit einem Klick auf OK bestätigen. Die Einnahme wird mit einem grünen Punkt als erledigt gekennzeichnet. Wechseln Sie in die Übersichtsliste Ihrer Rechnung, sehen Sie, dass die entsprechende Rechnung automatisch von mein Büro auf bezahlt gesetzt wurde. Sind Sie mit dem Vorschlag des Zuordnungsassistenten nicht zufrieden, können Sie diesen mit einem Klick auf Vorschlag verwerfen ignorieren und die passende Ausgangsrechnung händisch auswählen. Übrigens, mein Büro lernt mit jeder Zuordnung dazu, sodass die Vorschläge mit der Zeit immer präziser werden und Sie nur noch selten manuell eingreifen müssen. Sie haben eine Ausgabe getätigt und wollen diese einer Eingangsrechnung oder einem Beleg zuordnen? Hierbei unterstützt Sie der Zuordnungsassistent. Öffnen Sie zuerst die entsprechende Ausgabe per Doppelklick. Wählen Sie anschließend das passende Sachkonto aus dem Kontenrahmen sowie gegebenenfalls den Steuersatz aus und bestätigen Sie das Ganze mit OK. In der Übersicht sehen Sie, dass Ihre Ausgabe nun mit einem grünen Punkt als erledigt gekennzeichnet ist. Auch die Kategorie ist hier jetzt auf den ersten Blick ersichtlich. Mein Büro ist lernfähig. Erkennt die Software eine Regelmäßigkeit in Ihren Ausgaben, schlägt Ihnen der Zuordnungsassistent das nächste Mal automatisch das entsprechende Sachkonto vor. Oft erreicht uns die Frage, was der Unterschied zwischen einer Ausgabe und einer Eingangsrechnung ist. Dies möchte ich Ihnen jetzt erklären. Eine Eingangsrechnung ist nichts anderes als eine Ausgabe. Stellen Sie sich vor, Sie haben online Kopierpapier bestellt. Für diese Bestellung haben Sie auch eine Rechnung von Ihrem Lieferanten erhalten, die Sie per Bankeinzug oder per Überweisung beglichen haben. In dem Moment, in dem die Abbuchung auf Ihrem Konto erfolgt ist, erfassen Sie einfach die entsprechende Ausgabe und wählen das gewünschte Sachkonto aus. Es ist also nicht notwendig, die Rechnung, die Sie von Ihrem Lieferanten erhalten haben, in Mein Büro als Eingangsrechnung zu erfassen. Sie unterliegen der Sollversteuerung oder wollen eine Historie Ihrer Eingangsrechnung aufbauen? Vielleicht möchten Sie auch einfach nur den Überblick über Ihre Verbindlichkeiten und Zahlungsziele behalten. Hierfür ist das Modul Finanzen Plus ideal. Legen Sie darüber einfach alle Ausgaben als Eingangsrechnung an. Haben Sie das Zusatzmodul Finanzen Plus erworben, können Sie unter Finanzen Eingangsrechnung Ihre Eingangsrechnung erfassen. Bereits beim Anlegen der Eingangsrechnung wählen Sie das später zu bebuchende Sachkonto aus. Um die Ausgaben zu erfassen, gehen Sie zurück unter Finanzen Zahlung Bank Kasse im Zuordnungsassistenten auf die Geldbewegung. Wird Ihnen ein Vorschlag unterbreitet, überprüfen und bestätigen oder verwerfen Sie diesen. Möchten Sie eine manuelle Zuweisung tätigen, öffnen Sie den Bereich Eingangsrechnung und wählen die entsprechende Eingangsrechnung aus. Das Modul Finanzen Plus wird also nicht zwingend benötigt, um Ausgaben zu erfassen. Allerdings kann es Ihnen die Arbeit erleichtern und helfen, Ihre Verbindlichkeiten gegenüber Ihrem Lieferanten im Blick zu behalten. Als GmbH oder UG mit Sollversteuerung empfehle ich Ihnen auf jeden Fall das Modul Finanzen Plus, wenn Sie mit meinem Büro Ihre vorbereitende Buchhaltung machen möchten. Als nächstes schauen wir uns an, wie Sie mit meinem Büro eine klassische Barausgabe verbuchen. Für dieses Beispiel gehen wir davon aus, dass Sie kein Kassenbuch führen müssen und erfassen diese Buchung deshalb im Verrechnungskonto. Das Verrechnungskonto finden Sie unter Finanzen Zahlungen Bank Kasse. Sie haben im Laden nebenan ein Geburtstagsgeschenk für einen Ihrer Mitarbeiter gekauft und bar bezahlt. Um diese Ausgabe zu hinterlegen, wechseln Sie in das Verrechnungskonto und klicken auf Neu, Ausgabe. Hier geben Sie nun die geforderten Angaben wie den Bruttobetrag, Datum und Verwendungszweck an. Die Belegnummer ist optional und muss nicht zwingend ausgefüllt werden. Anschließend wählen Sie das passende Buchungskonto aus, stellen gegebenenfalls den Steuersatz ein und bestätigen das Fenster mit OK. Ihre fertige Buchung erscheint in der Übersichtsliste des Verrechnungskontos. Sie haben nun Ihre Ein- und Ausgaben mit MeinBüro verbucht. Doch wie verarbeitet MeinBüro Ihre Buchungssätze nun weiter? Das schauen wir uns jetzt an. Wechseln Sie hierzu unter Finanzen in die Rechnungs- und Buchhaltungslisten, wo Sie das Buchungsjournal finden. Hier finden Sie die Buchung wieder, die Sie zuvor unter Finanzen Zahlungen Bank Kasse erstellt haben. Wechseln Sie anschließend in die Steuerauswertung. Testweise erstellen wir nun eine neue Umsatzsteuervoranmeldung für den aktuellen Monat und möchten, dass MeinBüro dafür unsere zuvor erstellten Buchung heranzieht. Im Formular sind nun automatisch die entsprechenden Werte eingetragen. Mit einem Klick darauf können Sie sich anzeigen lassen, wie MeinBüro diesen Wert berechnet. Hier sehen wir zum Beispiel direkt die Vorsteuer von unserem Mitarbeitergeschenk. Sie sehen also, mit MeinBüro ist es nicht mehr notwendig, Elster-Formulare manuell auszufüllen. Sie erfassen einfach Ihre Ein- und Ausgaben und MeinBüro trägt die entsprechenden Werte automatisch in Ihren Formularen ein. Auf diese Weise können Sie sich jederzeit Ihre Elster-Formulare mit Ihren aktuellen Werten anschauen, ohne diese ans Finanzamt schicken zu müssen. So haben Sie jederzeit einen Einblick in Ihre Zahlen. MeinBüro unterstützt Sie dabei, eine GOBD-konforme Buchhaltung zu führen. Hierzu werden Buchungsperioden an bestimmten Punkten abgeschlossen. Dies geschieht durch das Versenden von Steuerformularen per Elster an das Finanzamt, den DATEV- bzw. FIBU-Export sowie das Versenden des elektronischen Pendelordners. Anschließend sollten Sie keine manuellen Änderungen mehr in Ihrer Buchhaltung vornehmen, die in diesen Zeitraum fallen. Müssen Sie aus steuerrechtlichen Gründen doch eine Änderung durchführen, erscheint ein entsprechendes Hinweisfenster. Alle Änderungen an bereits abgeschlossenen Buchungsperioden werden protokolliert, sodass sie weiterhin für einen Prüfer nachvollziehbar sind. Zusätzlich haben Sie über den Menüpunkt Finanzen Buchungsperiode abschließen die Möglichkeit, einen manuellen Abschluss zu einem Stichtag durchzuführen, sollten Sie keine der eben erklärten Varianten nutzen. Hier erinnert Sie das Programm an Vorgänge wie nicht zugeordnete Buchungen, die Sie vor dem Abschluss noch erledigen sollten. Der Abschluss betrifft alle Buchungen, die Sie unter Finanzen, Zahlung, Bank, Kasse eingegeben haben. Ebenfalls gehören Ihre Ein- sowie Ausgangsrechnung und die Anlagegüter dazu. Ihren Kassenabschluss führen Sie weiterhin regelmäßig und taggenau durch. Zum Abschluss noch einige generelle Anmerkungen. In Konten, die mit Ihrem Online-Banking-Zugang der Bank verbunden sind, sind keine manuellen Buchungen über die Buttons Neue Einnahme oder Neue Ausgabe möglich. Hier verbuchen Sie immer die von der Bank überlieferten Umsätze. Manuelle Buchungen sind im Kassenbuch und im Verrechnungskonto möglich, sowie in Offline-Konten, also Bankkonten, die keine Verbindung zur Bank haben. Im Kassenbuch und im Offline-Konto können Sie Kontobewegung auch anhand einer zum Beispiel Excel- oder CSV-Datei importieren. Dies kann sinnvoll sein, um Zahlungen zu importieren, die nicht von der Bank überliefert werden und weiter in der Vergangenheit liegen. In der Videobeschreibung finden Sie eine Anleitung hierzu. Umbuchungen sind mit MeinBüro ebenfalls möglich. Hierfür nutzen Sie den Button Umbuchung bei Steuerkategorien. Dies bietet sich an, wenn Sie zum Beispiel Geld zwischen zwei Bankkonten transferieren. Im Zuordnungsassistenten wählen Sie hierfür einfach das entsprechende Konto aus. Nun sind Sie bereit, Ihre Buchhaltung mit MeinBüro zu erledigen. Sie werden sehen, es lohnt sich. Weitere Informationen finden Sie natürlich unter meinbüro.de Damit Sie kein Video mehr verpassen, klicken Sie hier und abonnieren Sie unseren Kanal. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich danke Ihnen.